Gibt es heute noch Dämonenaustreibungen, wie es Jesus Christus selbst tat auf der Erde bzw. die Jünger und die Apostel? Definitiv nicht. Die Lebenszeit Jesu Christi auf der Erde und auch die Apostelzeit ist eine spezifische Zeit in der Heilsgeschichte Gottes und in den Epochen und Zeitabschnitten der Heilsgeschichte Gottes gelten spezifische Regierungswege und Prinzipien Gottes, die es heute so nicht mehr gibt. Jesus Christus verkündigte nicht das Evangelium, das dann Paulus tat nach der Himmelfahrt Christi, dass Paulus offenbart wurde und er dann verkündigte die Botschaft vom Kreuz, das verkündigte Jesus Christus nicht, sondern er verkündigte die Gottesherrschaft, das Reich Gottes, die Gottesherrschaft Basilea. Das war das Zentrum der Verkündigung Jesu Christi und Jesus Christus unterstreicht die Gottesherrschaft, die Botschaft davon mit Zeichen und Wunder. Und dieser Anbruch der Gottesherrschaft, der Basilea, hat zwei Aspekte. Einen Gegenwartsaspekt. Jesus Christus sagt, diese Gottesherrschaft, das Reich Gottes, hat begonnen mit seiner Person, aber auch einem Zukünftigkeitsaspekt, dass die vollumfängliche Gottesherrschaft noch kommen wird in der Zukunft, letzten Endes im tausendjährigen Reich. Daher die Bitte, dein Reich komme. Und Jesus Christus unterstreicht die Verkündigung der Gottesherrschaft mit Zeichen und Wunder und er macht deutlich, dass da, wo Gott herrscht, nämlich in seiner Person, da ist das Reich angebrochen, hat alles, was zu dieser sündigen Welt gehört, Tod, Armut, Hunger, Leid, Sünde und auch der Teufel, hat keinen Platz und muss weichen. Und insbesondere dieses Wunder der Dämonenaustreibung ist ein Kernwunder, was die Botschaft der Gottesherrschaft unterstreichen muss. Denn Christus macht genau mit dieser Dämonenaustreibung klar, dass nun quasi der Teufel, der bis dato der Fürst der Welt ist und quasi die alleinige Herrschaft hat auf dieser Welt, der Teufel mit den Dämonen nun auch endgültig entmachtet ist und Jesus Christus Autorität hat über den Teufel und seine Dämonen. Deshalb unterstreichen explizit die Dämonenaustreibungen der Anbruch der Gottesherrschaft. Und Jesus Christus überträgt den Jüngern und auch den Aposteln und einzelnen Menschen diese Autorität, die quasi den Anbruch der Gottesherrschaft mit verkündigen. Aber das ist ein spezifisches Merkmal dieser Zeit, das gibt es heute nicht. Und Markus 16, Vers 16 ist eine Ankündigung der Apostelzeit, die auch diese Autorität hatten. Heute hat kein wiedergeborener Christ die Autorität über Dämonen, das gibt es definitiv nicht. Was es aber gibt, ist, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus Christus, dass dieser befreit wird von Dämonen, falls er besessen war und auch gerettet ist aus der Macht der Finsternis. Das ist biblisch und das passt zur heutigen Heils-Epoche der Gnadenzeit.